Hallo Leute, im heutigen Tutorial möchte ich euch dieses vollautomatische B-Ladungs- bzw. Entladungssystem vorstellen. Das Design dazu ist von einem Freund von mir, und zwar dem YouTuber Emonadeo. Dieser macht auch deutsche Tutorials und der Link zu ihm ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Im nun folgenden Tutorial möchte ich euch zeigen, wie diese Farm funktioniert und vor allem, wie man diese baut. Basierend tut diese Farm auf dem Mechanismus, dass wenn man Items hier vorne in die Kiste reintut, diese automatisch in das Minecraft reingetan werden. Und sobald das Minecraft voll ist, macht es sich automatisch auf diesem Weg, die Items zu entladen. Und wenn es diese Items nachher hier vorne alle in die Kiste eingefüllt hat, fährt es wieder automatisch zurück zur Kiste. Und so könnt ihr Items von A nach B transportieren, ohne dass ihr selber großartig Strecken zurücklegen müsst. Los geht's, indem wir im ersten Schritt dieses Tutorials unser B-Ladungs-System bauen. Dazu brauchen wir eine Grundfläche von 4x2 Blöcken, entscheiden uns für eine Richtung, in die das Minecraft nachher fahren soll, platzieren dann über unserer Powered Rail einmal eine Kiste bzw. einen Hopper mit einer Kiste drauf. Da können wir nachher die Items reinfüllen. Und nun gehen wir hier zwei Blöcke nach oben. Auch hier gehen wir zwei Blöcke nach oben, platzieren hier vorne einmal einen Redstone Comparator, welcher erkennt, ob gerade Items hier vorne in diesem Hopper sind. Dann platzieren wir als nächstes hier vorne einen Block. Dann einen Block, der vom Comparator ausgeht bzw. der Comparator geht hier in diesen Block rein. Das Signal gibt er dann weiter hier vorne einmal an die Redstone Torch. Dann brauchen wir einen Redstone. Dieses nehmen wir, um das Signal hier rauszunehmen. Nun müssen wir das Signal, welches hier einmal entlang geht, einmal kürzen. Dazu platzieren wir einmal einen Sticky Piston, welcher ausfahren sollte, mit einem Quartz Block drauf. Dann platzieren wir zu guter Letzt nochmal zwei Blöcke mit nochmals einem Redstone Repeater auf dem vierten Delay und zu guter Letzt einem Redstone, sodass das Signal nun funktionieren sollte. Wenn wir jetzt unser Minecraft mit einer Kiste nehmen, dieses hier drunter platzieren bzw. das hier auf den Schienen platzieren und nun Items in die Kiste reintun, sehen wir, dass diese automatisch ins Minecraft gefüllt werden und sobald dieses Minecraft voll ist bzw. der Hopper leer ist, wird das Signal dann hier vorne rumgeleitet und das Minecraft fährt zu seiner Entladungsstation. Im zweiten Schritt dieses Tutorials müssen wir nun dafür sorgen, dass wir unser Entladungssystem bauen. Dazu suchen wir uns den Punkt aus, wo wir unser Minecraft entladen wollen, gehen hier einmal einen Block nach unten, platzieren eine Kiste und gehen nun hier mit einem Hopper einmal einen Block nach oben, sodass hier nachher die Items aufgesammelt werden können. Nun platzieren wir hier einfach eine bepowerte Schiene und machen genau das gleiche wie auf der anderen Seite. Wir platzieren hier einen Block und hier einen Block, nehmen uns einen Comparator, welcher wieder erkennt, ob gerade Items hier beladen bzw. entladen werden, dann platzieren wir bzw. leiten wir das Signal wieder in einen Block rein, invertieren das Signal, bringen es eine Ebene weiter nach oben, platzieren dann hier einen Redstone Repeater, sodass die Powered Rail hier vorne bepowert wird. Wenn wir uns nun unser Minecraft mit einer Kiste nehmen, einmal hier vorne nochmal Items reintun, sehen wir, dass dieses hier ganz normal beladen wird, dann macht es sich auf den Weg, fährt hier vorne rüber und lädt die Items durch den Hopper hier raus. Sobald dann die Items alle durch sind, wird das Signal wieder weitergegeben, die Schiene wird bepowert, die Items sind hier vorne in der Kiste und das Minecraft fährt wieder zurück, sodass ihr direkt eure nächsten Items in die Kiste tun könnt und die Items ins System hinzufügen könnt. Wenn euch das Tutorial gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare gehen und schreiben, welches Tutorial ihr als nächstes sehen wollt. Ansonsten kann ich euch nur noch die Tutorial-Playlist vorschlagen, welche für euch sehr, sehr viele weitere interessante Tutorials bereithält und ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Bitte vergesst sich das Video zu bewerten und wir sehen uns nächsten Dienstag um 16.30 Uhr wieder zu einem neuen Tutorial. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.